Moin, wir sind Chefboss, wir sind hier bei BMTV Urban zum 10-Fakten-Check zu unserem Album Blitze aus Gold. Titel, ja, Blitze aus Gold. Es ist so, wir haben ja auch einen Song, der Blitze aus Gold heißt, dahin. Und das ist so ein Song, so wie eigentlich so der perfekte Tag, wenn man so aufsteht und man fühlt sich fresh und es ist alles geil und die Umgebung passt sich so der eigenen Stimmung an und das ist halt Blitze aus Gold, so wenn du durchgehst und dann Blitze durch die Luft schießt. Und deswegen passt das mit dem Album ganz gut, sodass das so ein, einfach ein schönes Ding, das so flutscht und sich im Großen und Ganzen, nicht nur im Großen und Ganzen, sondern im Allgemeinen eigentlich ganz gut anfühlt. Deswegen Blitze aus Gold und weil es ein nices Bild ist. Also der Sound ist auf jeden Fall tanzbar, das ist uns auf jeden Fall immer sehr wichtig. Dann Einflüsse sind Dancehall auf jeden Fall, viele Einflüsse eben auch aus dem Tanzbereich oder so tanzinspiriert, würde ich sagen. Ja, aber wir haben natürlich, also mit dem Album, dass das, es ist immer noch Chefboss-Sound, es ist immer noch knallig so, aber wir haben da auf jeden Fall nochmal ein paar neue Facetten aufgemacht und so ein paar noch Einflüsse mit reingenommen und so ein bisschen experimentiert und rumprobiert und noch viele Live-Instrumente zum Beispiel auch mit drin. Also es ist alles gut. Ja, der ist nicht da. Wir machen die nicht selber, also Maik und ich nicht selber, aber unser Team, das Kernteam sind wir zu dritt, nämlich unser Produzent, der auch DJ ist und der macht die freshen Beats, die euch umhauen. Und damit hat es erstmal angefangen. Ja, eigentlich keine Ahnung, man sitzt im Studio, steigt erstmal mit Tee ein, dann kommt das Bier und dann flasht man, dann hat man den Beat und dann flasht man und hört sich rein und denkt, okay, Digga, irgendwie, was gibt der Beat her, wirft sich, wirft sich so ein paar Bälle zu mit so ein paar Zeilen einfach, wirft man sich so an den Kopf und dann flasht man. Und dann meistens ist das so, dass ich dann auch gerne nach Hause gehe und das dann alles mitnehme und dann aufschreibe. So, aber der Grundstein wird dann immer im Studio gelegt. Ah, nee, noch nicht. Nee. Chefbus pur. Ja, das hat Rocket und Wing gemacht, eine Agentur aus Hamburg und warum sieht es so aus, wie es aussieht? Es ist einfach fresh, also ich meine, guckt euch das mal an, zwei bezaubernde Ladies, es ist knallig, es gibt nicht zu viel vor, aber macht neugierig und schallert halt, wie wir auch und wie unser Album auch so, deswegen passt das ganz gut. Also, wir haben ja die Videos zur EP bisher, also das sind Blitziggewitter, Mosaik, Zombie-Apokalypse, nee, Miststück noch vorher und jetzt halt Insel, das haben wir in Marseille gedreht, so. Es war eine geile Erfahrung wie eigentlich jedes unserer Videos und das wollen wir so beibehalten, dass das geil wird und Spaß macht. Gute Frage. Ich glaube, unser Label ist so correct und ich sag mal so vertrauenswürdig, dass die uns eigentlich immer freie Hand gelassen haben, so, habe ich das Gefühl. Und wenn es dann irgendwie, wenn etwas kam, dann war es eher, haben wir das, also war das hilfreich, also auch für uns so in unserem Prozess. Aber eigentlich ist das so bei uns so die Basis, dass wir immer die, dass wir die Impulse bringen und, ja, die das dann absegnen müssen, so, ja. Boah, ey, Erwartungen, ich denke, wenn man so anfängt, dann macht es den Weg, den man irgendwie gehen kann, macht es scheiße. Also, wenn, so, wir sagen immer, es klingt kacke, aber der Weg ist das Ziel, so. Wenn man Erwartungen hat, jetzt, oh, wir müssen so viel verkaufen, Alter, dann wird man so verkopft und verkrampft, dass man die ganzen schönen Dinge, die auf dem Weg eben dahin passieren, nicht mitnimmt. Deswegen ist es so, wenn es kommt, ist es schön, wenn nicht, dann hat man eine geile Zeit gehabt, so, und geile Sachen gemacht. Genau, und die Erwartung ist eigentlich auch erstmal überhaupt nur, es rauszubringen, so. Das ist eigentlich so erstmal der, der größte Meilenstein, so erstmal für uns, weil das ist unser erstes Album, wir haben halt noch nie irgendwas, wir haben noch nie ein Album in der Hand gehalten, sozusagen vorher. Und, ähm, das ist eigentlich erstmal die Erwartung, es überhaupt rauszubringen. Oh, nach dem Release, wir haben voll viele, äh, noch, noch, äh, Live-Auftritte, es sind so einige dabei, so, wir sind wieder Rock am Ring im Start, Rock im Park, äh, haben dann noch so eine kleine Tour, irgendwie voll viele Sachen, ich kann die jetzt nicht aufzählen, aber viel, viel Live auf jeden Fall, es kommen noch geile Videos, ähm, ja. Oh, so halt, wie das ist, Standard. Genau, also, jetzt geht's nochmal in die, in die, auch nochmal die nächsten Schritte, so für die Live-Show, würde ich sagen, das auch nochmal, die Live-Show sozusagen nochmal so aufs nächste Level nochmal zu bringen, nochmal irgendwie so, so Kostüme, ähm, Choreografien arbeiten und so. Also, ich glaube auch, wir werden wahrscheinlich direkt wieder auch an Musik flashen und so, bestimmt schon direkt wieder ein paar Tracks irgendwie aufnehmen und weiter flashen und, ja. Also, Album kommt, Album, guck mal, halbes Bier ist schon leer, Album kommt am 17.03., es ist geil, ich freue mich immer über jeden, der neu dazukommt, ob im Team oder bei den Auftritten live, es wird, es wird einfach eine gute Zeit, so, ich freue mich so, weiß nicht, kommt, kommt vorbei, kommt vorbei und wir feiern zusammen, so, das wird, äh, das wird gut. So, so, das war der 10-Facken-Check mit Chefboss bei BMTV, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein.